Klima- und Umweltschutz sind die Herausforderungen unserer Zeit. Jede Bürgerin, jeder Bürger, jede Kommune und jeder Landkreis muss seinen Beitrag leisten. Auch der Landkreis Thirschenreuth. Wir brauchen zum Beispiel eine Klimaschutzmanagerin. Oder wir müssen noch mal intensiv über erneuerbare Energien im Landkreis Thirschenreuth diskutieren. Ernsthaft über Windenergie und Photovoltaik auf den Gebäuden des Landkreises.